da ich bin ihr könnt es selbst unten lesen ich bin zu langsam das ist so viel Texte bis es lebt speichern und fortfahren ein diamant hier schon 52 ja schnapp ich mir ein Auto und fahr zu dem blauen Typ da na toll ich mag patrouillern nicht na toll dann halt den ihr Auto bisschen querfett einfahren und hier möchte ich euch auch noch was zeigen müssen wir leider uns von unserer Rotflinte verabschieden aber es gibt noch was besseres wo nein das nicht sondern da vorne in der Hütte mehr sag ich jetzt mal nicht unser Licht blinkt schon wie verrückt dann gehen wir mal da rein und sehen hier einen diamanten Koffer mit einem diamanten ja und die goldene AK sie hat keinen Schaft wie man hier sehen kann und das Gold und Gold hat einen Vorteil hier in diesem Spiel es rostet nicht außerdem musste ich jetzt überhaupt nicht für die Zahlen ich darf sie nur nie was soll ich sagen weggeben oder verlieren weil die gibt es glaube ich nicht so oft also ne ich weiß es gibt es nicht so oft oder nur einmal aber an der Stelle finde ich es halt immer das ist dann das hier das geht alles und solche bilder sind doch schön ein kleiner weihe umgeben von bäumen in mitten eines dschungels hühner schnelle hühner also gibt es doch kein hühnchen heute hier ist es gibt an belgier erarbeitet für die internationale presse aber eigentlich ist ein job er schickt einen zielpersonen koordinaten damit sie wissen wo sie hin müssen schnapp ihn dir und überzeugt ihn falsche infos zu schicken er soll sie zu dieser waracken stadt schicken mokuba da finden wir einen truck voller schwarzmarkt medikamente das sind ihre gestohlenen waren gehören der firma die sie engagiert hat sie werden echt sauer sein willst du wissen woher ich das weiß diese wichser sind hier um mich zu entführen ich war das mit der ladung auf dem truck das ganze ist eine falle ich habe sie wo ich sie haben will ich bringe sie nicht gern um aber entweder die oder ich okay ein voll durch trainierter mensch ja mache ich erstmal speichern und dann fahren wir dorthin ich weiß nicht wie viel ich heute schon aufgenommen habe eine stunde ungefähr also sechs neue folgen oh nein gegen die ak werde ich das nicht austauschen was ein diamant was zeigt es geht dem auto an doch hier ist was tatsächlich ach hier zwei stück also ich gehe bald shoppen wenn wir wieder wenn wir wieder an einem waffenladen vorbeikommen von der ganzen kohle kann man sich mächtig was kaufen das sind so stellen die mittel der zeit aufreden weil die echt immer immer wieder kommen ich kann mich heilen ich habe musik noch mal noch mal was trinken und in den bus reingehen hey die haben dann eine bar aufgebaut lustig okay dann fahren wir weiter warte ein munition äh ich meine ein äh erste hilfe posten außen posten auf 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 an die Waffe nichts da an die Waffe ich hab schon wieder genügend Wachposten ausgespäht ein Munitionswachposten an die Waffe an die Waffe an die Waffe an die Waffe an die Waffe